Gute Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Guten Abend miteinander. Gott ist auch Ihr Partner in praktischen Wohn-Ideen. Wir haben Ihnen gerade ein paar Sachen mitgebracht. Transport sicher verpackt und bequem zum Mitnehmen. Das ABC Einrichtungssystem von Coop. Ein Hit in Preis und Qualität. Hätten Sie gedacht, dass man z.B. eine ganze Wohnwand 3 m breit, 2 m hoch, mit 3 Schubladen, 5 Kästchen und etwa 17 Regal so bequem nach Hause nehmen kann? Und das ist nur einer der vielen Vorteile des ABC Einrichtungssystems von Coop. Das Montieren zu Hause ist so einfach, dass es einem richtig Spass macht. In jeder Packung hat es eine Montageanleitung. Alles, was Sie brauchen, sind Schraubezieher. Und dann kann es losgehen. Man kann kombinieren, wie man will. Z.B. die 35-teilige ABC-Wohnwand mit Essplatz. Oder das 15-teilige ABC-Jugendzimmer. In der Grobzeitung dieser Woche finden Sie das Inserat. Hier sind die 22 Verkaufsstellen drin, wo Sie das ABC-System bekommen. So, jetzt danken wir Ihnen für das Zuschauen und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Nebst Wohnideen haben wir Ihnen auch Praktisches für den Haushalt. Bewährte Pfannen zu einmalig günstigen Preisen, wie der wehrschaffte gusseiserne Bräter mit dem Stahldeckel. Die Bratpfannen mit der Antihaftbeschichtung Teflon Silverstone und die Inox Stielkassrolle gibt es in verschiedenen Grössen. Und jetzt geht es um die Schönheit, meine Damen. Und zwar mit dem Satrap Roll Styler. Da machen Sie sich, wo immer Sie sind, in wenigen Minuten eine Frisur, wie frisch vom Coiffeur. Für die Schönheit Ihrem Haar gibt es jetzt eine Neuheit bei Coop. Chandor Classic, der Haarspray mit Weizenkeimextrakt für normales und trocknendes Haar. Chandor Classic ist unvergleichbar in der Wirkung mit einem hochkostbarsten Parfüm. Ein Haarspray für höchste Ansprüche. Das Heizen vergisst man ja jetzt sicher nicht, aber weisstens haben Sie auch noch genug Öl. OK Coop, der grösste Haushaltslieferant von Heizöl in der Schweiz, bedient Sie nämlich sofort und zu günstigsten Tagespreisen. OK Coop ist Ihre Spezialist für Heizöl, Kohle und Schmineholz. Und jetzt ein Thema, das gerade in der Geschenkzeit besonders aktuell ist. Einfach wieder einmal an das Helfen denken. Sie haben vielleicht schon gehört von dieser Grossaktion Coop mit Benin – Gesundheit für die Ärmsten. Benins frühere Dahome an der Westküste von Afrika hat nur dreieinhalb Millionen Einwohner. Und so wollen wir den sehr armen Leuten helfen. In Zusammenarbeit sollen ganz einfache Sanitätspösten errichtet werden. Eine Krankenschwester tut Helfer ausgebildet und die Leute über Gesundheitsvorsorge aufklären. Und eine hygienische Wasserversorgung soll aufgebaut werden. Ein solches Wasserloch ist ungeschützt gegen Dreck und Bakterien. Der Bau von so einfachen Ziehbrünen bringt einen grossen Fortschritt. Wir wollen den Leuten in Benin helfen, damit sie sich selber wieder helfen können. Für Gesundheit und eine bessere Zukunft. Ihren Beitrag macht es möglich. Die Eidgenossenschaft und Coop garantieren für die richtige Verwendung. In allen Coop-Läden stehen Sammelurne und Coop hat bereits einen schönen Betrag reingetragen. Danke für Ihre Hilfe. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop Bonschumargarine mit 10% Butter 500g nur 2,80g Kochbutter 250g nur 2,20g Importaier extragrosse Bruni 60-65g Zwei Schachteln an 6 Stück nur 2,20g Weissmehl 1kg nur 1,25g Und noch morgen über Monat und am Samstag Russenzopf 450g nur 3,10g Novelina Orangen 2kg Nets 2,10g Omo Vollstmittel 5kg nur 13,50g Hier noch den aktuellen Preisschlag. Jetzt gibt es bei Coop Kindermanchester Jeans Original Textstar, klassische Form Vier Taschen, 100% Baumwolle Grösse 104-116,11fr 128-140 nur 13fr 152,164,176 nur 15fr Auf Wiedersehen!